Hier oben auf dem Damm? Link? Link und stand direkt neben mir auf dem Stadtpark Komm her Kranz, da kriegst du direkt einen Kuss von mir oder so Awww Oh Dalu kam! Hä? Dalu was? Was denn? Ich laufe durch den Park! Willkommen zurück, Trouble in Terrorist Town mit Bonster Shorts Moin! Shigo Kraft Goro, Liquid, Kundran, McFly, TauTau und Efi Hallo Hallihallo Und ähm, hier wie heißt der? Goro Ball Der komisch, nein nein der Goro Early Boy Der immer schreit Hallo Der muss aus dem Efi schreit auch nicht immer Wie kommt's doch? Und die Ente! Gokokakalo Hab ich schon abends gesagt Ich hab alle vorgelesen Ey Liquid shoppt ja wohl hier wie ein ganz großer Der ist doch gegen die Wand gerannt grad Weil sie ist geiles Ja, weil man ja nicht hoch springen kann Ja, ja, das ist schön Er schießt doch einer Er schießt doch einer Er schießt doch einer Als du es selbst verraten hast Ja Wie immer halt Ja bleib mal viel im Wasser Du stinkst Erli mach die Taschenlampe aus Was sieht dich da in der Luft Ne? Hat der 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 Oh das spielt gut aus Hallo Ich glaube es hat 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 Oh endlich gibt's wieder Hack oder Matt Ich bin für Matt Hack oder Matt Ich bin für Frau Hochkarts Was? Frau Hochkarts Was will er schon wieder? So richtig geile Oh, da haben wir irgendwas mit den Shortcuts verstanden Ey Posta, hast du Zwiebeln mit dabei? Nein Wie Spaß bei ihr sind einfach zu groß Posta hat nur den Käse mit Posta ist für alle da 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 Goro? Na das hier ist die Müllhalde Oh! Ich weiß Ich weiß Ja weil ich die Map auch kenne Und weiß wo hier irgend so was wie ein Traitorraum existiert Oh nein Goro Es tut mir leid Ich wollte hier schießend um die Ecke gehen Kann ich doch nicht achten dass du ihn in den Sack hast Ich wollte schießen um die Ecke gehen Ich wollte schießen um die Ecke gehen Ich wollte schießen um die Ecke gehen Ja mit der Duel Beretta da Schießt nochmal Einmal sind die Ausreden von Dalu genial Ja aber mit der Akifo Ey Likwit du bist ja wohl Du hast schon wieder hier geschaut Ich will klettern Ich hab einfach Tänien gemacht Und dann stehst du da hier Prince is es Du bist jetzt zweimal dagegen gerannt Gesprungen Ich versuche irgendwo hochzukommen Goro ist es übrigens Weil er mich nicht abgeschossen hat Nimm eine Treffende Leiter rein Ich hab doch angeschossen Ja genau Aber du hast so schnell Es tut dir leid gesagt Und normalerweise sagst du nicht Dass es dir leid geht Ich hätte ja auch weiter geschossen Aber das war ja nicht geplant Ich wollte die eigentlich anders töten Na gut dann töten Mach sie doch auf Ich spring auf dich drauf Oh Tautai Was machst du was Tautau Tautau kam ja aus dem Traitor Room glaube ich Goro hier lang Goro Folg den Schüssen Goro 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 Licht aus Hey Es ist Licht aus Oh mein Gott Hä Ich seh nichts mehr Weil ich so fast tot bin Ja geh jetzt weg von mir Ich verhalte dich die ganze Zeit im Auge Ja das finde ich nicht gut Es ist echt auffällig Sagt der der mich die ganze Zeit einfach grundlos beschuldigt Ich hab dich ja noch nicht beschuldigt Ich verfolg dich Nein Ey der ist schon wieder am shoppen Der hat gegen die Welt gelaufen Weiß ich nicht Goro ist es ja Goro ist es ja Da sitzt der Dede drin Habt ihr ein bisschen mehr für den Traitor Pass bezahlt Goro bei ist es Na Jetzt werde ich von Liquid Allok hier Ja Random Killed Ok Ich vertrau dir Goro 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 In der Villa ist einer tot In der Villa Moond In der Villa Oh aber ich hab David getrunken gerade Goro Ist egal Hey Guru, achso, ich dachte du kamst da gerade raus. Woa, woa, angerempelt! Das darfst du gleich nochmal erklären, Nephi. Wer schießt da, da unten? Hier ist einer tot! Geh weg, geh weg, geh weg! Das darfst du gleich nochmal auf Deutsch erklären. Hä? Warum hast du mich jetzt einfach weggeknallt? Weil du in den Traitor-Raum gegangen bist? Das ist Traitor-Raum? Du bist es. Ja, super. Was? Der Spick dauert nicht mehr durch, ey. Da fiel so viel raus, wie in der Piñata hier. Du bist doch auch da drin, wie ein bisschen lächerlich. Ja, der Kundran hat den aufgemacht. Kundran ist übrigens Traitor. Kundran, so, so. Dass ich das nicht gesehen hätte. Hat das ein Detektiv gesagt? Ja, ne? Eine meiner leichtesten Übungen. Kundran. Wieso hab ich eigentlich mit so wenig Lebens jetzt überlebt? Ich hab auch nicht viel mehr, ich hab 10. Boah. Er hat mehr als ich. Aber ich hab die Silence AWP. Ist nicht verboten? Ist nicht verboten. Das muss Shigo sein, oder? Ich, nein, ich bin grad hinter Liquid, ja. Also Kundran. Warte, ich werd verfolgt! Ja! Nee, wie wärs das denn? Kundran, sehr wahrscheinlich. Kundran. Wo ist der denn? Okay. Wenn ich Kundran seh, dann ist er... Den suchen wir grad. Der sagt ja auch nix. Oder ist Liquid? Ja? Nee, nee. Ich hab mit auf Kranz geschossen und Kranz hat auf mich geschossen. Auf Kranz geschossen? Den hab ich getötet, hat er noch volles Leben. Nee, hat er nicht. Klar. Nefi, was sagt dein Radar? Ach, die geht auf? Geil. Oh Gott. Nefi, was sagt dein Radar? Kannst du mich heilen? Der Radar sagt ganz viele Punkte. Nee. Wie viele Punkte denn? Ist das dieser Trait da? Warum? Dann kommt der gleich jemand raus. Wie viele Punkte? Ja, der packt hier rum. Vier Punkte seh ich noch. Ja, dann ist das ja richtig. Dann muss das für Kundran sein. Warum denn? Und wo ist der? Ja, schieß doch mal gegenseitig auf euch. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Der Vertrauensschüler. Ach ne, das ist Shigo die hier hoch. Ja, super. Wo ist der andere Punkt? Da was läuft? Keiner. Bei euch ist noch einer in der Villa oben. Also wenn ihr gerade zusammenlauft, ist da oben noch in der Villa einer. Ich laufe mit dir gerade rum, aber... Ach so. Ja, das bugt hier rum mit den Punkten. Das ist ein bisschen Kacke. Du kannst das nur nicht lesen. Wow! Wo ist er? Aber Grant, du warst von mir ein Traitor-Kollege. Nein! Guck mal, da hat Grant sich jetzt die 20 Points erschienen. Das ist übrigens wieder abgestürzt, als McFly connecten wollte. Ja! Und als er gerade runtergegangen ist, dann ging es doch einmal wieder. Guck doch hier. Guck doch Nefi, ich habe keinen Karma verloren. Weiß nicht, was da los ist mit McFly. Goro, warst du bei ihm auch Traitor? Ja, auch nicht. Was? Nein, er war nicht bei mir Traitor. Bei mir warst du bei mir Traitor. Dann hatten Grant und ich einen Bug, wenn ich bei ihm Detective war. Und er war bei mir Traitor. Hallo, ist ein neues Passwort drauf? Und dann hat Grant einfach nur die Taube geworfen. So Just for the Lords. Schnell und die Großes E. Den war ich fertig, wo es Nefi da hat. Großes E. Großes E. Großes E. Der Quatschkopf. Der Quatschkopf, ey. Heeeey! Erli! Hast du Nefi gesehen? Keine Ahnung. Disco, Disco. Ist der Glückwunsch? Disco, Disco, Platz. Dem Nefi häng ich mal an. Alter. Was, da, da. Wow! Feuer! Leute, wo ist Nefi? Warum brenne ich? Poster Shorts! Ich brenne. Du brennst überhaupt nicht, du bist so eine Lüge. Dann gibt's Feueranimationen über den Kopf. Ey! Nefi cheatet doch. Oh du Scheiß! Was machst du denn, Nefi? Ich glaub, der Server ist übelst am Abschluss. Nee, du machst hier Mist, Nefi. Du bist der Übel-Täter. Nefi. Erstmal Nefi was anhängen. Ah! Oh! Ah! Botz da ist es wirklich! Warum? Hä? Ich hol ihn, ich hol ihn. Wo ist Botz da? Das war ich wirklich nicht. Doch, das ist halt Asus, Asus, Asus. Hast du es gesehen, McFly? Hast du es gesehen? Tu es! McFly, tu es! Ja, es ist es schon. Du hast es gesehen, oder? Ja, aber ich verfolge schon die ganze Zeit. Ich bin's nicht. Was soll ich gemacht haben? Jetzt weiß ich, wo er ist. Dadurch, dass ich kein Threader bin. Da oben! Oh oh! Hinterher, los! Irgendwo da oben? Er legt mich jetzt ins Bett und sterbt. Da liegen zwei Leichen. Und wer war's? Bin ich jetzt wirklich behindert? Also auf dem Haus drauf ist Early Wenn du's nicht nach der Uhr... Oh Early! Maxi, 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 Maxi! Maxi is it! Nö! ...de friedliche Musik. Das hat er jetzt auch gerade... Ich bin doch eigentlich eingeratzte. Was? Wer schießt auf mich? Ich. Fuck. Ich will dich vergiften. Echt, wo bist du? Hinter dir. P-B trainiert jetzt so doof Was du hast? Au nicht schießen bitte Warum denn? Dann schießt er auf mich Goal Ah und jetzt Und jetzt seh ich nix mehr Ich werde blind Wer liegt denn eigentlich noch? Nur noch Tywo? Ich seh echt nichts mehr Ok komm wirlow O kep ana Und diesen Balleriana Machen wir mit Kundra oder? Weiß nicht, ich hab auch schon überlegt. Kommt ihr grad entgegen? Ich weiß. Das ist direkt an dir vorbeigelaufen. Das war nicht nett! Das ist BAM! Mir kam nicht mal mehr, das ist echt nett. Aber wie Liquid, wie so ne Ballerina noch mal ne Pirouette gedreht hat vor seinem Ableben. Ja ne, hast du gedacht, muss der schön aussehen. Oh, so bitter, du siehst einfach echt gar nichts mehr. Oh, eine Runde ohne Legs und alles. Das kann gar nie sein. Ja, McFly muss irgendwas gemacht haben. Das hat wohl McFly gemacht. Ich hatte schlechte Runden. Oder Early Boys Geschrei konnte übers TS nicht richtig übertragen werden. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Er schreit heute ja nicht so viel, weil er zu Gast woanders ist. Ja. Wir haben einen anderen Mieter. Es ist kaum zu glauben, dass er sich wirklich bei uns ist. Es kann so nicht glauben. Wer ist hier noch mit drin? Ey, warte mal, McFly hat ne Smoke geworfen. Mein Blei hat ne Smoke geworfen. Sag doch doch eins. Ey, der wollte dich top killen. Oh, 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 oh. Komm von der, die Krise ist Detective. Der renne dich doch um. Der hatte doch grad Kunda, der sch... Jetzt geh doch um. Es ist wirklich Tausto. Oh Gott, was... Das war so knapp. Danke, du hast mich gerettet. McBob, ey. Deagle one shot, Jürgen. Ey, habt ihr gesehen, wie ich Deagles getötet habe? Ist hier noch mehr tot? Und jetzt hol ich mir den Goro. Äh? Drei Traitor sind von Tore. Goro, bist du traurig darüber? Ich nehm mich mit an. Hey, ich glaub Goro ist Traitor, weil der hat keine Angst gehabt. Es leben nur noch wir drei und ich hab McFly erschossen. Hä, wir leben noch... Und ich hab Tautau erschossen. Ich hab Maxi McFly abgeschossen. Hast du nicht, Goro lüge. Das war... Hallo? Fürs Lügen schieß ich ins Bein. Was, ehrlich? Mit V kann ich automatisch das Spider-Man gar nicht wechseln. Cool. Spider-Man, Spider-Man. Das ist cool. Geht das denn immer? Ja. Ey, Dalu hat ne Granate nach mir geworfen. Hinter dir, Dalu! Ey, Dalu ist tot, oder? Dann war's Nephi. Goro, komm mit schnell. Ok. Goro, wo? Nephi ist es, Nephi ist es. Kleines Haus! Die gingen auf mich. Geh vor. Geh vor. Das könnte Liquid Duck sein. Nein, 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 nein. Ist der... Nefias ist es. What? Hier oben, nicht Nephi, meine ich. Der andere, der hier rummockt. Ja, ich. Ich schieß auf Nephi. Der hat auch auf die anderen beiden, die da drüben sind, geschossen. Ich komm wieder hoch. Ja, dann battle dich jetzt mit Nephi. Los. Hopp. Auf. Ja, wo ist er denn? Da drüben im Haus. Ich bin ganz woanders jetzt wieder. Ne, ich bin woanders. Ich siehst ja auf mich ey, die anderen beiden hätten es sogar bestätigen können, wenn sie jetzt nicht tot wären. Wuuu. Nein, 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 nein. Letcher Blut ist nicht. Verpiss dich damit nicht. Nein. Ach, verdammt. Boah, ich hab dir gesagt. Ja, ich stehe Ihnen mit nix. Aber, Dalo hat ja den Türrahmen backt. Ich habe ihn voll mit der Hektenshuttechnien, voll im Bauch geschossen. Das ist kein bug. Guck mal, hab ich mich ernstlich in die Tür angestellt und ich wusste, dass du das bist, dann hast du geschossen und dann hast du die Lieder. Du hast doch schon wieder ganz andere verdächtigt. Auf einmal holt TauTau da die Taube raus. Ich hab TauTau verdächtigt, der war Traitor und dich erschossen. Du warst auch Traitor. Die TauTaube. Das war genial ey. Dalu sagt noch so, hinter dir ist noch TauTau, dreh mich um, hatte auf einmal ne Taube in der Hand. Ja. Auf einmal kommen Grenz und Goro. Ja, ich dachte Goro ist der Traitor gewesen und wollte hinterher springen. Der riefst doch draußen schon in der Brand. Dafür meine ich Goro, jetzt geht am Anfang Tau. Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Ich glaub, er wird... Der Öli wird grad geknebelt. Öli wird geraped. Hat Niko was mit dir gemacht ey? Hoffentlich. Ähm. Weiß jemand, wenn du ehrlich bist. Ähm. Ich glaube, er wird darauf vergwartet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert denn da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wollen wir gar nicht. Oh mein Gott. 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 Was? Ich glaub, Erlja hat einfach Gehirnfrost von seinem Eis. Ja, ich... Achso. Ich weiß gar nicht ey. Ich hoffe nicht, dass das... Ich hab grad gehört, Anlaufschlattmereich... Man muss bedenken, je kleiner das Gehirn, desto weniger Eis brauchst du ja. Und du meinst, er hat nur einmal dran geschleppt. Ja, so ein kleines Wassereis war was. Agapi? Ich hab mal Agapi gedroppt grad. Dann lauf ich da durch. Ey Nefi ist schon wieder die Tick-Tock. Das kann ja wohl nicht sein. Runter da, du Bengel. Alter, Nefi haste... Ah, das war ein Fehler. Ey, Goro hat auf Nefi die Granate geworfen und geschossen auch noch. Hinter dir, Nefi, hinter dir. Inzi. Party, Party. Geh raus, geh raus, geh raus. Jetzt will diese Inzi auch noch unter uns. Habts ein Problem. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Wieso? Er ist es doch. Er macht das doch mit Absicht. Wer ist denn da eskaliert? Kunran ist eskaliert. Und ich hab Shigo getötet. Ich hab Kunran... Ich hab Shigo getötet. Ja, ich hab von der anderen Seite reingeschossen. Someone call 991. Ich bin hier am rumlaufen. Hey, warte mal. Ich hab's in die Kopf. Was? Tautor, lebst du noch? Ja. Hallo, Dado. Schade. Schade. Ja. Ich hätte mich auch... Äh, Botstar hat... Wer, also ich sag's ja nur. Der, also Liquid, McFly oder Tautor. Wer von euch Inno ist, kann entweder die anderen beiden, von denen die ich gerade aufgessehlt habe, erschließen. Doch. Wir haben drei. Wir haben drei. Achso, wir sind nur drei. Schade. Ich hab gehofft, wir sind vier. Na gut, die Niku hat ihm Eis hinten rein gesteckt. Ne, ja, aber... Nicht hinten rein! Doch. Doch, hinten ins T-Shirt. Was denkst du schon wieder? Genau das Richtige. Seht ihr? Muss doch hinten rein sein, weil das schöne Eis hätte man noch essen können. Hinten ins T-Shirt geht ja noch. Ach, das ist ja tot. Aber... Hast du gesehen bei dir, Tautor? Eindeutig. Was dann? Hier ist jemand umgefallen. Was? Dann war's Nefi. Der war hier. Detective. Ey, wer von euch hat jetzt Nefi getötet? Tautor, du hast gesehen, ich hab nicht geschossen. Ich stand direkt vor dir. Ne, du hast nicht geschossen, du bist runtergefallen. Das sagt, Liquid und Tautor beschützen sich grad gegenseitig. Ja, weil es können ja nicht beide sein. Dann ist es Dalu. Hier oben. Ich bin grad... Da oben! Tautor! Erst Tautor kann es bestätigen. Ich bin Dalu die ganze Zeit hinterher gelaufen gerade. Tautor kann es bestätigen, er war grad da. Ja, also einer Liquid oder Tautor beschützt sich gegenseitig oder einer euch völlig ist blind. Hä? Nefias stand doch grad direkt neben Tautor und ist einfach umgefallen. Und ich stand gegenüber von... Leben Tautor noch! Tautor lebt noch! Tautor lebt noch! Wieso sagt Tautor auch nix? Tautor ist es ja nicht! Ich rede doch! Das ist Liquid! Liquid! Leute, 100% Crawl, es ist Liquid! Hä? Ich wollt grad sagen, ich bin Dalu die ganze Zeit hinterher gelaufen, er hat auch nichts gemacht. In dem Zeitpunkt... Ja, frag Tautor! Es ist Liquid! Tautor ist schon etwas älter. Ja? Es können auch fehlen Anzeigen. Ey, ich stand direkt vor ihm! Hier ist jemand als Tautor gefakt geleitet! Boah! Da bin ich! Was? Dalu! Hey, wenn ich's was sehe! Jetzt hör jetzt doch nicht auf! Es ist Liquid! Ich schieß den jetzt ab! Das war nur mit Verkleidung und sowas, deswegen. Hier Tautor! Hier ist doch jemand als Tautor verkleidet! Das geht ja gar nicht! Ne, bin ich nicht! Hier ist Tautor! Wieso redet er denn nicht? Ich rede doch! Hä? Er redet doch! Tautor muss tot sein! Die verarschen mich, ne? Ja, ich weiß! Also nur Liquid! Hey, hier läuft noch ein Tautor rum! Der hast du das nicht gesehen, Detective da oben? Knall ihn ab! Das war auch nicht gerafft gerade, ey! Ja, aber da muss das Liquid ja auch sein! Der Tautor wieder! Ey, hier Tautor und dieser Doppelgänger! Mhm. Mhm. Ich verschieße jetzt Tautor. Okay, bei mir erscheint hier ganze... Ich baue ne Leiche und dann despaunt die wieder, wenn ich zu nahe ankomme. Das muss diese Tautor-Doppelgänger-Leiche sein! Tautor schießt auf... Ja! Ich hab noch vier! Okay. Dieser Typ, der als Tautor verkleidet ist. Ja, 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 ja. Da oben auf dem Balkon. Ja, ja, ja. Ich schieße! Was? Alter! Leute! Liquid geht davon weg! Liquid steckt mit dir mit deiner Decke, glaube ich. Sag ich ja! Von direkt von Anfang an! Keiner von denen hat Nefi! Beide sind direkt neben Nefi und keiner von ihnen hat geschossen! Hahaha! Ja, Tautor, Tautor ist es! Er folgt mich mit der Schrotblinde! Das ist nicht Tautor, das ist irgend so ein Doppelgänger! Ja, ja. Das bestimmt Go-Go! Hahaha! Danke fürs Wiederbeleben! Es ist Liquid! Ich hab ihn ganz predated! Mhm. Liquid ist es weg! Geht! Säuber! Habe ich euch doch gesagt! Der Typ der als Tautor verkleidet war, glaube ich Liquid... Warte mal, DALU war ein Head-Rater! Gut gemacht, Ko-Wieso sollte ich denn Traitor gewesen sein?! Ich hab Kun Ran getötet und Liquid... Ja, ich bin einfach reingegangen, weil ich abgeschlossen war! Wie Koro dann eine war! Warte mal, DALU war ein Head-Rater! Gut gemacht, Ko-Wieso sollte ich denn Traitor gewesen sein?! Ich hab Kun Ran getötet und Liquid... Ich dachte, du war ein Traitor... Achso? Warum soll ich Traitor sein? Was für eine Scheiße? Ich hab gesagt, es ist hundertprozentig, liegt mich. Ich find's aber gut, dass du der Einzige warst, der's geklaut hat. Nephi hätte auch erstmal ankündigen können, dass er... Ja, dass mir das Goldgeagle hätte... Nein, dann ist es immer viel lustiger, wenn ihr verwirrt seid. Ja, ja. Aber wie bist du gestorben Nephi? Ja, durch die Goldbeamme. Gebrennt ist. Ja. Gebrennt ist. Weil das war für mich voll praktisch, weil du schon trägst mit der Tautau und Tautau gelingt hast. Alarm! 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 Im Darm! Ey, es ist ein... Wer denn? Schon wieder? Nein, 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 nein! Liquid hat mich gerade noch mit 12 runtergeschossen. McFly ist gerade direkt vor mir. Ach, ihr zuhört mich schon wieder ein. Ich metzel euch alle über den Haufen. Cramps, wo bist du? Cramps, wo bist du? Dann bin es. Cramps, wo bist du? Cramps, wo bist du? Hier oben auf dem Dach? Link. Link und stand direkt neben mir auf dem Stadtpark. Komm her, Grants. Da kriegst du direkt... ...nen Kuss von mir oder so. Oh. Ich glaube es ist... Oh, Dalu Card! Dalu was? Was denn? Ich laufe durch den Park! Was ist da? Ihr war nicht im Park! Ich war allein im Park! Goro schießt auf! Goro ist es! Goro ist es! Es ist der Dude! Ich hab Dalu er... Ich geh auch nicht durch! Baaah Dalu! Backfly! Die Dalu Card! Land is grand! Maxi ist es! Maxi ist es! Maxi ist es! Ich hab Maxi gemacht! Ich hab Maxi gemacht! Ich hab Maxi gemacht! Geh mal weg, habsch! Huch! Au! 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 La! 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 Hey! Ja, Vorsicht! Du kannst doch nicht einfach so sitzen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin doch nicht mal Detective Scheiße! Ich wollt grad einkaufen! Geh mal weg! Pssst! Du dran! Oh fuck! Was soll das? Los Early! Ich brauch echt Hilfe! Äh! D4! Early geschlängert! Oh nein! Oh nein! Oh, war ne lustige Idee! Goro! Goro! Goro merkt sich auch immer wem hinterherläuft! Ja, das ist echt so! So nervig! Am Anfang hab ich Gorenz in den Rücken geschossen und bin zur Seite weggegangen... ...so dann schieß ich Goro in den Rücken... Goro sofort! Hey Dalu! Das hab ich so mit mir nicht machen... Gorenz hat sich gefunden... ...hät ihr echtes Gesicht geschossen... Ich hab Mecich halt nur noch dann dich gesehen und dachte... ... das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein! Ich wusste zum einen nicht mal wo du bist und... Ich hab weder noch nen Schuss gehört oder so. Einzige, den ich gesehen hab bei McFly, der direkt vor mir stand, dass du mich beschuldigt hast, dass du mir hier unten bist. Ich guck mich an, hast du gerade geschossen? Hallo Dalu. Oh, das war jetzt aber offensichtlich von dir. Disco! Wow! Gorobei! Die Basen. Okay. Auf Gorobei schießen. Gott sei Dank. Dete Pass aktiviert. Dete hat gesagt, Dalu frei zum Abschuss. McFly ist Traitor. Ja, McFly ist Traitor. Tautau schießt auf mich. Tautau schießt auf mich. Und es ist wirklich Tautau. Ja, er geht in die Weiße Villa. Hey, 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 Shigo ist das auch glaub ich. Geh da rein, Kundran. Hey, Kundran hat Tautau getötet. Ich will Tautau auch töten. Ja, hat Kundran Tautau gemacht? Ja. Nee, du hast nen Baby. Oh, es wird der Rubber. Ui, er dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Kann mich einer heilen? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ach Goro, du blöder Saktor. Wo ist das? Nein, wo ist das? Ich bugge nicht. Damit sollten wir dich jetzt töten, ey. Da kam glaube ich ne Holi raus. Ich hab ne Silence Pistol? Was ist das? Denk dran, Kundran ist safe. Okay. Ja. Okay. Ey, hast du... Jetzt legen wir hin. Ja. Hey, Kundran. Cooler Shit. Oh, hartes Kundran. Ich weiß nicht, aber du Silent hattest du grad eben schon bevor du... Nein, nein, die hab ich von Tautau. Die lag hier oben, die lag in der Engel. Und warum hat kein anderer die aufgesammelt? Nur du? Weil sie in der Engel lag. Oh, oh. Warum wird's hier ständig dunkel? Kann man das Licht ausmachen? Ja, ja, das war... Early war das. Das war für die schlechte Schauspieler. Ja, das war nämlich hier... Erli oder Max Doro Ding. Oh shit, Doro. Hallo, bist du Traitor? Nein. Early ist im Traitor-Raum. Early ist im Traitor-Raum, Leute. Kommt her. Er ist im Traitor-Raum, Leute. Da ist er drin. Er ist da drin, Kundran. Du bist safe. Okay, geh raus. Ich mach den Friendship rein. Er kommt raus jetzt. Ihr seht alle. Er war im Traitor-Raum. Ich hab Early nicht gekillt. 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 Hier war doch gerade einer. Maxi, mach keinen Scheiß. Kundran hat noch einen Traitor. Goro, jetzt mach das. Ah, schon. Und Shigo wollte Dalu in die Scheiße reiten, dann ist Dalu safe. Ich bin ja auch fast tot. Dann ist es McFly oder Nefi. Oh, das war nicht meiner. Nefi? Kundran. Such mal in irgendeiner Ecke. Ah ja, okay. Nefi hat jetzt geredet. Er ist Nefi. Ich bin ja auch fast tot. Nefi. Dann ist es McFly oder Nefi. Oh, Koro! Nein! Was hat passiert? Ich... Warte, das ist mal ein Punkt, der irgendwo in die Ecke hängt. Sag so, was... Okay, danke schön. Eh... Hier hinten links. Ich tut mir leid, Gundran, das war so jetzt nicht. Da ist Nephi. Der schießt direkt auf den besten Detective. Der hat direkt geschossen. Nein. Er hat mich erschossen. Ich hab dich nicht erschossen, das war Shigo. Ja, aber du hast so lange gelabert, bis sie mich erschossen. Sie war doch Traitor. Sie war doch Traitor, das war ihr Job. Ja. Bei ihr freier Wille. Gundran, hast du auch auf Erli geschossen? Ja, hab ich. Jawoll. Ich hab's euch. Da kannst du so rein. Nein, das ist tatsächlich nur ein Traitor-Raum. Wir können Traitor öffnen, aber auch uns entfernen uns. Du kannst den auch als Inno aufmachen. Echt? Ja, ich hab den aufgemacht, dann ist Erli reingerannt, dann hab ich wieder zugemacht. Und dann kam Erli raus und alle schießen drauf. Wie viel Leben hast du überlebt? Das ist ja frech, das wusste ich ja nicht mehr. Ja, wusste ich auch vorher nicht. Kapuze? 100 wahrscheinlich. Kapuze? Kapuze? Tatsächlich, das ist ja grob. Boah! So bin ich als Detektiv da mal rausgestorben. Wo ist Kapuze heute eigentlich? Kapuze? Oh, scheiße. Wo ist Kapuze? Kapuze war doch auch auf der RPC, oder nicht? Nee, er war nicht dabei. Kapuze war auf der RPC, doch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab doch ein Foto von ihm gesehen auf Twitter. Ja, Photoshop. Ich war heute auch auf der RPC. Tautaus! Hier! Was? Detektiv Early Boy. Safe call. Wenn ich tot bin, findet in meiner Notiz ein Foto von Tautaus. Was war das denn gerade? Ich hab hier auch... Ich hab hier auch... 100%! 100%! Ich, Leute! Eine Notiz von Tautaus. Tönt! Erli ist leider gestorben. Ich glaub, Erli ist gestorben, oder? Ich glaub, Erli bräuchte von der Gefahr. Er hat sich sehr, sehr die Fliege... Hey, go rubei, go rubei! Oh, 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 oh! Ich hab die Fliege auf die Sanne Shigo. Gondrat läuft ja auch... TAUBE! OH! Oh, oh, oh! Ihr hat Tautau geworfen! Oh, was, was? Oh, was ich, was? Oh... Und die Plasma hat McFly geworfen, aus dem Parkhaus. Gar nicht wahr! Ich hab's gesehen! Ich wurde grad fast von der Taube erwischt! Ja! Das war Liquid, Dallu, glaub ich. Die hat mich fast getroffen, Max, ey! Nein, das war Liquid, glaub ich. Auf jeden Fall ist Tau... Ihr habt noch eine Tautauenschirme. Oh, 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 oh! Tico, mach! Nee, Tau, danke! Wenn jemand heilt, die Tau hat mich beinahe gekillt. Frau, wir spielen für Seltsam. Tau, Tau. Wo ist der einzige Sterb für uns? Bist du dir da sicher? Ich bin nicht so sicher. Bist du dir nicht sicher? Ich habe ihn gesehen. Lass auf, Link wird nicht reinlaufen. Dalu, hier links ist er lang. Wenn ich sterb, ist es Dalu. Bin ich jetzt doch reingelaufen. Ach ne, da kämmt doch nichts. Hinterm Haus sitzt er! Wen suchen wir? Keinen mehr. Ach, Schade. Scheiße, wieso ist das passiert? Was ist passiert? Ich bin da runtergestallt. Voll zu viel. Ey, Dalu läuft mit der Leiche weg. Die hat er gekillt. Ich denke, sie sieht jetzt aus. Wie viel bist du vergiftet? Ist da jemand zu? Ja. Ist Dalu jetzt gestorben durch ein Fate? Heilige. Heilige Fate. Was war das denn? Die klang komisch, die Disco. War das nicht Disco oder was war das? War das hier eigentlich für ne Party? War ne Disco. Wir haben jetzt so besitzt gemacht. Kranz, wolltest du grad auf mich schießen? Umschlagen. Äh, nein. Ah, irgend mir wurde in den Rücken geschossen. Ja, von mir, weil du auf mich schießen wolltest. Ja, wollte, aber nicht gemacht. Ja, dann ist es Liquid oder was? Ja. Hä, warum sollte das? Granate hier im Haus. Kämpgranate. Na ja, nur weil Goons. Na ja, nur weil Goons. Machst du da? Liquid? Goro ist es. Na, Liquid hat wohl ich hab geschossen. Ist es wirklich Goro in die Fing? Soll ich ihn confirm? Da hinten. Wo ist er denn? Irgendwo hin? Da ist McFly. Kommt jemand entgegen? Wo ist er denn? Vorsicht. Da ist Goro. Ich bin wieder mit Talos laufe. Mieter Drecksack! Goro schieß auf Shiva, los, komm! Nefi, Einsatz. Nefi, Einsatz. Nefi, Einsatz. Beim Park. Den nehm ich doch mit! Oh Gott. Ja, der hat noch was fein gelassen. Guck mal. So. Hey, dann können sich Kunran und McFly duellieren. Was? Ich hab gerade Goro getötet. Ja, dann McFly, wa? Ist er tot, Nefi? Ja. Du bist es bestimmt, ne? Ich stand doch eben bestimmt 10 Minuten hinter dir. Ja, das heißt auch nix bei dir. Kannst du mich heilen? Nein. Bitte. Oh, wieso fließt du denn jetzt? Weil du der letzte bist. Nein! Oh, du hast doch wohl ein Radar. Nein, hab ich nicht. Toll. Nefi, bitte Heilung. McFly, sag mal. Ist doch logisch, dass er jetzt nichts sagt. Da ist er doch! Oh Gott! Wo denn? Hier im Tunnel. Na fiel! Na fiel, hab Schopp du. Ahh, na wun! Hahaha! Er is ogne, malorder! Tschüss! Schopp! Schopp! Schopp!